Der königliche Autor Phil Dumpier behauptete, das Paar aus Sussex werde möglicherweise seinen Horizont erweitern und eigene Dinge unternehmen. Für Prinz Harry und Meghan Markle könnte sich eine neue Normalität einstellen, da sich das Paar für verschiedene Anliegen einsetzt, die ihnen am Herzen liegen, behauptet ein königlicher Experte. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten in den letzten Wochen mehrere Solo-Auftritte. Harry war auf Tourneen durch New York, London und Lesotho zu sehen, wo er in den sozialen Medien für die Sicherheit von Kindern und für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebel wirbt und sich auch für die schwerkranken Kinder in Großbritannien einsetzt. In der Zwischenzeit nahm Meghan an einer Gala-Veranstaltung eines Kinderkrankenhauses in Los Angeles teil, bei der die außergewöhnlichen Leistungen für Kinder in der gesamten Region gewürdigt wurden. Nun behauptete der königliche Autor Phil Dumpier, das Paar aus Sussex werde möglicherweise seinen Horizont erweitern und eigene Wege gehen. Er sagte auch, dass sich der Herzog bei gemeinsamen Auftritten mit seiner Frau möglicherweise wie ein Ersatzteil gefühlt habe und dass er sich möglicherweise entschieden habe, seine Flügel auszubreiten. Der Autor sagte gegenüber der Sun, in den letzten Wochen haben wir uns daran gewöhnt, Harry sozusagen alleine fliegen zu sehen. Er war in New York, er war in Afrika, er war hier in London und es ist ziemlich offensichtlich, dass er beschlossen hat, seine Flügel auszubreiten, sich zu verzweigen und seine eigenen Dinge zu tun. Ich glaube, er hatte das Gefühl, auf manchen Reisen, die er mit Meghan unternahm, zumeist nach Kolumbien und Nigeria, ein bisschen zu einer Ersatzperson für sie zu werden. Genau. Wir haben uns da, in der ich 175.000 Euro gemachtautes. Und da wir愛мов